Wenn Polizisten seit heute durch das Einkaufszentrum schlendern, dann ist nicht davon auszugehen, dass sie aus der Jagd nach Sonderangeboten sind, sondern ihnen geht es um den 2G-Nachweis. Denn nur dann dürfen sich Personen, so wie hier im Südpark in Klagenfurt, in einem Modegeschäft aufhalten. Erlaubt wäre sonst nur der Gang zum Supermarkt. Diese Dame hat Erklärungsbedarf. Was folgt, ist eine Anzeige, weil sie überhaupt keinen Nachweis bei sich hatte. Ein paar Kilometer weiter werden auch Kontrollen bei Autofahrung gemacht. Doch sie müssen einen Grund angeben, warum sie unterwegs sind, sofern sie keinen 2G-Nachweis mit sich führen. Deuter Toleranz wäre sehr niedrig. Ungeimpft gibt es einen Lockdown. Und der ist natürlich auch einzuhalten. Und das ist unsere Aufgabe, zu schauen, dass dieser Lockdown eingehalten wird.